Seht ihr dieses wunderschöne Bild? Wir spielen Ranking auf der besten Map Yacht. Ich freue mich, endlich mal diese Map im Ranking zu spielen. Wir spielen... oh schwer, 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 wen spielen wir denn? Wir spielen mal... Castle. Wir spielen Castle. Und wir wollen Cockpit oder Casino, also nehmen wir Casino. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, aber Castle ist einer der wichtigsten. Es sei denn, man hat Sledge oder einfach nur eine Sprengladung. Aber trotzdem, Castle ist eigentlich... kann schon recht gut sein. Den Raum sichern, so. Das Problem ist, dass mein Hund gerade wieder gekläft hat. Das Problem ist, dass Castle... ...dass man hier machen sollte und nicht hier, wo man das sehen... Ach, kann man gar nicht. Ja gut. So, ich muss hier die Wände mal weg machen. Obwohl, ne, hier nicht... Hier ist wichtig, hier ist wichtig. Mein Hund ist natürlich mal wieder extrem laut. So, ich habe natürlich noch zwei Castle-Wände. So, als Team... ...müssen wir natürlich hierbleiben. ...und sollten nicht einfach irgendwas machen. Ich gucke mal in die Kameras. Nein, da wusste ich! Nachladen, Mann! Das ist doch scheiße! Oh, Mann! Ich kriege aber auch gar nichts mehr hin. Ich spiele viel zu wenig Siege. Viel zu wenig Siege. Mann, ey! Fuck! Da war die Waffe leer. Ich glaube es nicht. Egal, eine Runde heißt nicht, dass wir verloren haben. Eine Runde heißt nicht, dass wir verloren haben. Jetzt kommt Twitchy. Ja, ich weiß nochmal, Twitch, aber ist mir egal. Hier. Wir gehen mit IQ mit. Ich muss ja meine neue Tarnung auch mal zeigen. Im Kampf. Das Einzige, was ich nicht drauf habe, ist ein Anhänger. Ich bin sogar Erster mit 160 Punkten. Was habe ich getan? Wie kann man denn Nullpunkte haben? Man kriegt doch mindestens einen Punkt, wenn man eine Wand setzt. Hat der keine Wände gesetzt? Das kann natürlich sein. Naja. So, Twitchy ist dran. Twitchy, bittschy. Shit, shit, shit. Fuck! Mann, ist doch scheiße. Ach, die ist einfach verdammt. Oh ne, der Typ fliegt raus, oder? Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Zehn Sekunden. Ja, der leckt ganz schön rum. Noch fünf Sekunden. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Da ist er, der Lecksniper hier. Kapkan. Okay, Kapkan könnte interessant werden. So. Komm, ich kehre ihn. Das wäre übelst witzig. Scheiße. Okay, komm. Ich bin bereit für dich, mein Freund. Scheiße, Mann. Einer vom eigenen Trog verbleibt. Oh, nein, was? Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Och, Mann. Ach, komm, das ist ein Ranking-Ding. Ich meine, ich schaff's eh nicht mehr bis Gold. Ich schaff's eh nicht mehr bis Gold. Warum? Ja, Küche ist ganz geil. Doch, ich nehm Küche. Ist mir scheißegal. Küche ist gut. Jawohl, seht die Mehrheit auch so. Mir ist es egal, ob ich jetzt abranke oder nicht. Die Season ist ja eh bald vorbei. Beginnt ja bald die Neue mit den neuen Operatoren. Deswegen will ich Rainbow eigentlich bis 50 Folgen machen, die erste Season. Also mindestens 50 Folgen. Weil das Spiel macht ja auch Spaß. Es ist ja auch... Es macht ja auch süchtig. Weil wenn man schon ewig nicht mehr gespielt hat, muss man... ...erst mal wieder damit klarkommen. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier mache, richtig gut ist oder richtig scheiße. Äh. Die Drohne der Gegner hat zugefahren. Behälter gevalisiert. Meine Munition ist leer! Es bleiben 10 Sekunden. Abstand halten. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Ah, das ist gefährlich, was ich hier tue. Das ist verdammt gefährlich. Die Gegner sichern den Behälter. Nein, Mann! Oh, ich bin so eine Aiming-Rufe. Wo kommt denn der jetzt überhaupt her? Der war in der Ecke, ne? Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde gesichert. Die Mission ist die eigenen Trucks gescheitert. Scheiße, ey, ich werde so oder so draufgegangen. Oh, Matchball. Wirklich? Noch nicht mal 10 Minuten und jetzt schon Matchball. Boah, ist das doch scheiße, ist das doch. Ja, hier ist es eigentlich ganz gut. Der Spawn ist eigentlich mein Liebster Spawn. Irgendwas muss jetzt passieren. Irgendwas muss jetzt passieren. Wenn wir wissen, wo es... Ich muss nur wissen, wo es ist, dann werde ich richtig leise agieren. Ich habe leider keinen Schalldämpf auf die Waffe gemacht, sondern eher eine Mündungsbremse. Ihr habt das ja gesehen, letzten Part. Ah, Mann. Scheiße, ey. Keinen einzigen Kill. Doch, habe ich. Stimmt ja, Jäger. Jäger war mein Kill, genau. Toll, und was mache ich jetzt mit so einer Drohne hier? Wo ich nirgendwo rein kann? Ah, okay, gut. Hier scheinen sie ja nicht zu sein. Die sind hier unten, wa? Sehr schön. Der flüge Fahrgutbehälter wurde... Ha, ha, ha. Shit. 10 Sekunden bis Einsatz. Oh, oh. 5 Sekunden bis Einsatz. Hoch, 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 hoch. Scheiße, scheiße. Du kleines Stück Scheiße, ey. Okay, das ist da. Gut, dann weiß ich, wo ich lang gehe. Da hat jemand was gezeigt, aber okay, gut. Oh, hier ist doch nicht offen. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin drin. Ah, Eliminierungsassist, weil ich ja mit der Drohne was gemacht habe, stimmt ja. Musste sein. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Ja. 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 von mir mach ich jetzt hier zu, so komm nice oh man, mir ist so warm, ey, ne mir ist so verdammt warm ich bin hier entdeckt mitro handy wird vorbereitet rein zu geläuft Wir haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, festgestellt. Letzter verbleibender Gegner. Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde aushalten. Nein, was? Der hat mich gekillt? Am Arsch, am Arsch. Am Arsch, wo ist er? Komm, mach! Mach! Warum schießt du denn nicht, Mann? Ich warte noch ein bisschen. Ey, warum hat er nicht geschossen? Mann, shit, ey. Mann, so eine gute Runde. Also, für mich jetzt persönlich ist es eine gute Runde gewesen. Ey, da pocht mein Herz umsonst. Ist das ein Scheiß. Ey. Da machst du echt nix, ey, wa? Da machst du echt nix. Hä, noch ohne Rang? Hä? B-b- Moment, bitte was? Wieso noch ohne Rang? Rutsche ich nicht in Bronze ab? Hä? W- Warum habe ich keinen Rang? Warum? Was soll der Scheiß? Also, an sich interessiert es mich ja eh nicht, aber jetzt muss ich wieder zehn Spiele spielen, um überhaupt einen Rang zu bekommen? Was ist denn das, bitte? Ich war... Ich war doch Silber 1. Darf ich nicht in Bronze abrutschen oder was? Was ist das für ein Müll? Oder fängt er jetzt wirklich schon eine neue Saison an, oder? Ey, ich kapier's nicht. Okay, gut. Ich versteh's nicht. Ist mir jetzt auch scheißegal. Wird der Ebert eine neue Saison kommen? Von daher leckt mich am Arsch. Wir sehen uns im nächsten Part, zu Rainbow Six Siege. War echt spannend, muss ich sagen. Hat auch mega Spaß gemacht. Nur leider gibt's Leute, die sehen den Typen anscheinend nicht so schnell wie ich. Hm. Na gut. Bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao. Ciao. Gut. 건